Heute stellen wir uns die Frage, wie strukturieren wir ein Schwimmtraining? Heißt, wie sieht das perfekte Schwimmtraining aus, damit ihr besser werdet? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Wenn wir ins Schwimmbad gehen, dann ist es ja meistens so, entweder wir sind im Schwimmverein und schwimmen da ein Programm oder wir haben die Möglichkeit, irgendwie selber ein Programm von unserem Trainer mitzubekommen oder im dümmsten Falle wissen wir nicht, was wir machen und dann schwimmen wir einfach nur 2000 Meter runter und richten uns ein bisschen an dem anderen Publikum aus, machen ein paar 50er, reden ein bisschen, aber so grundsätzlich sind wir eine 3-4 Stunde im Wasser und wissen nicht genau, was wir tun sollen. Und dafür haben wir euch heute ein Video gemacht, so das wollte ich sagen und was wir da machen können ist folgendes, die Struktur eines Schwimmtrainings sollte eigentlich immer relativ ähnlich sein. Wir schwimmen uns zum Anfang ein, dann machen wir Technikübungen, dann kann man Schnelligkeitssachen machen, danach kommt erst die Ausdauer, ja, also wir brauchen immer relativ lange, bis wir wirklich auf den längeren Programmen schwimmen, vorher halt noch die anderen Inhalte. Danach können wir so ein bisschen Kraft machen, Kraftausdauer, Paddelserien beispielsweise sind da immer beliebt, die eher am Ende, warum erzähle ich gleich. Danach können wir noch so Technikstabilität machen, heißt in hohen Geschwindigkeiten versuchen noch eine saubere Schwimmtechnik hinzubekommen. Ja, gerade am Ende macht das nämlich Sinn, warum erzähle ich auch sofort und danach kommt das Ausschwimmen. Diese Struktur ist eigentlich immer gleich. Wir können natürlich ein paar Sachen rausnehmen, ja, und eventuell sowas wie die Technik und die Schnelligkeit auch mal switchen. Ansonsten bleibt das relativ gleich, ja, also guckt, dass ihr euch das notiert, dass ihr so das Training immer gestaltet. Das Einschwimmen ist immer ganz wichtig, um diesen Aerobenstoffwechsel so ein bisschen zu aktivieren. Das heißt, es dauert immer zwischen 5 und 15 Minuten, bis wir den richtig hochgefahren haben. Ja, auch gerade wenn wir locker beginnen, dauert es eher ein bisschen länger, bis die Durchblutung zum Beispiel richtig angelaufen ist, weil wir haben von unseren Kapillargefäßen, die sind ja nicht alle offen. Wenn der Körper die ganze Zeit unser Blut durch alle unsere Muskeln pumpen würden, da hätten wir so einen niedrigen Blutdruck, dass wir sofort sterben würden, weil kein Blut mehr ins Gehirn gehen würde. Deshalb gibt es sogenannte Splinters, die immer jeweils in der Muskulatur die einzelnen Kapillargefäße abdrücken. Und die machen erst auf mit einer bestimmten Zeit, wenn der Körper weiß, welche Muskulatur er ansteuern muss. Deshalb nehmt euch da Zeit und versucht euch immer mindestens 5 bis 10 Minuten einzuschwimmen. Besser wäre sogar noch bis zu 20 Minuten. Klar, aber das ist natürlich für viele schon relativ lang. Deshalb könnt ihr sowas mit Armen kreisen und so ein bisschen auflockern davor, ja auch verkürzen. Zum anderen ist auch so diese Syonivialflüssigkeit, was hier steht. Das ist erstmal kompliziert, das Wort ist nichts anderes als Schmiere in den Gelenkkapseln. Ganz wichtig, wenn in den ersten Minuten ist da halt wenig von gebildet und diese Syonivialflüssigkeit, die braucht ein paar Minuten, bis die richtig das Gelenk schmiert. Ganz einfache Sache, wenn ihr reinspringt ins Wasser, da knackt ab und zu mal die Schulter und nach ein paar Minuten merkt man, okay, das geht jetzt deutlich flüssiger. Das ist genau diese Syonivialflüssigkeit. Dann zum anderen muss natürlich auch diese Muskulatur durch die Durchblutung dann auch, wird die lockerer und entspannt die sich. Der Kopf weiß auch, welche Muskeln er anspannen muss und in welcher Frequenzierung, Rekrutierung die Nerven schießen müssen. Wenn wir da zu schnell reingehen, riskieren wir natürlich, dass wir da eine Zerrung bekommen, einen Muskelfaserriss, also eine muskuläre Verletzung, weil die einfach falsch oder überbelastet wird. Deshalb da immer auch aufpassen und erstmal warm machen. Und natürlich auch so ein bisschen unsere Feinmotorik, unsere Sensormotorik, das Gefühl wollen wir ja auch erstmal bekommen im Wasser. Deshalb gebt euch da genug Zeit. Danach ist immer Technik angesagt. Technik heißt immer Wriggen beispielsweise, heißt irgendwie Abschlag, also isolierte Teilbewegung der Graultechnik. Und das macht am meisten Sinn, weil wir in den ersten 30 Minuten, gerade nach dem Start, immer noch hochkonzentriert sind. Also die Konzentration lässt so nach einer Dreiviertelstunde stark nach. Das ist auch deshalb, warum so eine Schulstunde eine Dreiviertelstunde hat. Danach sollte man eine Pause mal einlegen. Und dafür macht es halt Sinn, das immer in den Anfang zu packen, die Technikübungen. Am Ende gibt es auch immer welche, die das gerne nochmal ganz zum Ende machen. Das ist eher so ein Bereich Technikstabilität. Aber um sich zu verbessern und wirklich nochmal darauf zu konzentrieren, zum Anfang würde ich wirklich das immer vorne machen. Zum anderen haben wir auch noch wenig Muskelermüdung. Wir sind einfach im Kopf noch generell frisch. Und unsere Herz-Kreislauf-Belastung ist auch gering, weil wir halt da die Muskulatur nicht so stark beanspruchen und deshalb auch die besser ansteuern können. Deshalb immer zum Anfang. Danach kommt diese Schnelligkeit. Grundschnelligkeit sollte für jeder Mann immer im Wasser wichtig sein. Und jeder Frau auch. Also Schwimmer und Schwimmerinnen sind da auf jeden Fall immer gut beraten mit, wenn die Grundschnelligkeit hoch bleibt und ihr die immer trainiert. Die nimmt im Alter nämlich immer auch ab, im Gegensatz zu unserer Ausdauerfähigkeit. Die bleibt relativ lange sehr konstant. Nimmt halt diese schnellen Muskelfasern nehmen ab und diese Geschwindigkeit, die hohe, die brauchen wir halt für unsere neuronale Ansteuerung auch. Das heißt, wir werden auch nur eine gute Technik haben, wenn wir in der Lage sind, die Muskeln schnell zu innervieren, schnell anzuspannen. Und diese maximale Kontraktion, die sind halt gerade am Anfang möglich, weil wir danach so eine neuronale Ermüdung haben durch die Ausdauer. Da kriegen wir das nicht mehr hin. Deshalb immer einen Anfang packen und noch mit richtig, ja, mit fitter Muskulatur da rein starten. Das kann man immer so machen, dass man 2-4x50 Meter beispielsweise 25 Meter Sprint, 25 Meter locker vor so eine Serie nimmt. Und dann kommt halt das Hauptprogramm, die Ausdauerserie. Und da ist das Gute, wir haben jetzt schon diese ganze schnelle Muskulatur auch so ein bisschen ermüdet. Das heißt, wir übersäuern auch nicht so schnell, können deshalb besser unsere Aerobe-Kapazität trainieren. Das ist halt auch ein Grund, was wir machen bei dem Zugseiltraining, warum wir jetzt zum Anfang relativ auch lange ziehen, um diese sogenannte schnelle Muskulatur, Fast-Twitch-Muskulatur da rauszunehmen. Die produziert viel Laktat, beziehungsweise führt zu einer hohen Übersäuerung. Das wollen wir aber nicht bei Streckenlängen von 1000 Meter, 1500 Meter beim Triathlon. Beim Kurzstrecken-Triathlon macht das noch, beim Kurzstrecken-Schwimmen macht das noch mehr Sinn, dass wir auch in diese Laktazite-Belastung reingehen. Für Triathleten und Langstrecken-Schwimmer macht es eher wenig Sinn, diese Muskulatur zu trainieren, weil diese Übersäuerung der Muskulatur und mit den hohen Laktatwerten eher dazu führt, dass wir irgendwann stark ermüden und keine Power mehr haben. Also effizienter ist es dann, dieses Ausdauertraining immer so zu trainieren, dass das schon ermüdet ist. Zum anderen haben wir jetzt auch noch, sind wir relativ frisch und der Technik-Fokus kann halt immer noch relativ gut sein. Wir sind noch nicht müde, also sowas auch nicht ans Ende packen. Ausdauertraining heißt dabei auch immer Training des gesamten Körpers. Das heißt ohne Poolboy, ohne Paddles, ja, also versucht da wirklich möglichst nah an der normalen Schwimmtechnik zu schwimmen. Ja, man kann da zwar mal auch mal Fingerpaddles nutzen, aber ansonsten normales Graulschwimmen in dem Falle. Oder auch eine Lagenserie ist natürlich genauso Ausdauertraining. Zum anderen machen wir danach immer einen sogenannten Kraftblock. Kraftausdauer kann man da nämlich auch gut trainieren. Wir haben jetzt diese Fastswitch ja noch mehr ermüdet, die kriegen wir gar nicht mehr rein. Das heißt, jetzt können wir schön diese Ausdauer, diese Kraftausdauer trainieren. Und genau, wo haben wir stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall ist das sehr wichtig, dass auch unser Herz-Kreislauf-System ist ja dann schon teilweise ermüdet aus der Ausdauerbelastung. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nämlich nochmal isoliert einzelne Muskeln anzusteuern. Beispielsweise, wenn wir jetzt mit Paddles trainieren, nehmen wir ja deutlich mehr hier diesen Latissimus zum Beispiel rein, ja, die Brustpektoralis nehmen wir deutlich mehr rein. Und dadurch, dass das aber nur isolierte Muskeln sind, die wir da trainieren, ist das Herz-Kreislauf-System nicht mehr so gefordert. Das heißt, wenn das schon ermüdet ist, kann das trotzdem noch die Leistung bringen, dass wir die Muskulatur, die eine hohe Kraftanforderung brauchen, um zu wachsen, da das Ganze noch genug mit Sauerstoff versorgen kann. Ja, danach können wir, müssen wir nicht, das ist immer das Härteste, finde ich, wenn man noch so ein bisschen Technikstabilität trainiert. Beispielsweise wäre das zum Beispiel 6x50, GA2, 8x50, GA2, ganze Lage und noch versuchen auf einen sauberen Catch zu achten. Das macht Sinn, gerade zum Ende, dass ihr dann natürlich auch nicht nur eure schöne Schwimmtechnik irgendwann habt und die, sobald ihr im Wettkampf seid, wieder direkt verliert, weil ihr nach den ersten 100 Meter schon dicke Arme habt, sondern dass ihr dann auch noch in der Lage seid, die Technik aufrechtzuerhalten, diese Technikstabilität. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den halt eben viele nicht haben, die halt nur locker trainieren und dann im Wettkampf völlig überfordert sind. Deshalb trainiert das auf jeden Fall. Zum Schluss, ganz wichtig, sollte immer gemacht werden, ich meine, ich habe es selber bei mir erlebt, ich war ja auch lange Zeit Leistungsschwimmer und bin Triathlet die letzten 15 Jahre gewesen. Man verzichtet häufig gerne auf das Ausschwimmen, man macht dann nochmal irgendwie so 50 Meter oder 100 Meter und geht dann raus. Macht das nicht, weil ihr müsst nämlich so ein bisschen auch diese Stoffwechselprozesse wie Laktat nochmal verstoffwechseln, also auch das, diese ganze Übersäuerung auch in der Muskulatur, die dann auftritt, auch am Ende von so einer harten Einheit, die sollte dann erstmal verstoffwechselt werden. Das heißt, wenn ihr den Körper in Belastung haltet, in einer moderaten bis lockeren Belastung, könnt ihr diese Prozesse halt beschleunigen. Und zum anderen lockert ihr natürlich auch eure Muskulatur damit wieder. Ihr stretcht euch ein bisschen, könnt nochmal schön locker ausgleiten und den Puls vor allen Dingen auch runterbringen, dass ihr kein Problem mit dem Blutdruck bekommt. Und jeder, der mal richtig hart geschwommen ist, 50 Meter und dann rausgeht, hat es gemerkt, ja, der Blutdruck geht dann einfach noch höher aufgrund dieser vertikalen Aufrichtung und dann haben wir ein Problem. Das heißt, macht euch auf jeden Fall immer, ja, macht immer mal 5 bis 10 Minuten ganz lockeres Ausschwimmen am Ende. So, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch was und viel Erfolg beim Trainieren. Ciao!